Yo! Das Video ist nicht die Creme de la Creme meiner Videos, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche aber jetzt Platz auf meiner Festplatte, also konnte ich es entweder wegschmeißen oder doch noch euch geben. Aber vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Ich war mir noch nie so unsicher bei einem verfickten Video. Mein Sound hat bei übel vielen Stellen auch noch rumgespackt, deswegen habe ich übel wenig Material gehabt. Das ist nicht mal ein Neu-Video wirklich, weil die Hälfte davon einfach irgendeine Scheiße mit FaceRig ist. Oh, ich hasse mich so hart selber. Also das Video wird nicht meine... Dann hoffentlich viel Spaß. Ich habe da auch ein Video sogar hochgeladen. Was? Nevermind. Leave Game. Hau rein. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Ich bin auch der Hand für... Was ist passiert? Gib nicht auf. Egal was passiert. Joke sie alle weg. Oh lol, ich bin der... Der fucking Joke-Gott. Dick. Die Szene macht gar keinen Sinn. Du willst mir einen Augenbrauenstift donaten? Ja, ich will mir einen Augenbrauenstift donaten. Ich hab aber blonde so. Das sieht in dem Licht noch nicht so aus. Du siehst aus wie grün. Wow. Weil sie einfach rechts aufhören, an den Enden aufhören. An den Enden aufhören? Wo sollen denn die Augenbrauen verfickte Scheiße aufhören außer an den Enden, Alter? Secure Ink. Jo. Mein Freund hat sich jeden Morgen ihre Bürste, Leute. Ich mein, schlecht für sie. Aber da steht halt einfach, er hat sich jeden Morgen ihre Bürste. Dicker, ich bin echt verfickt einsam. Seht ihr meine Haare? Die machen so... Wey. Wenn da viel Wichse drin ist, passiert das nicht. Didn't say that. Hey. Siehste, ich rieche gerne an Arschlöchern. Ey. Ich glaub ich hab keinen Penis mehr. Ich piss mich gleich ein. Ich weiß sehr ernst, Alter. Ich bin die Schnecke des Todes. Und bleibt stark. Ich zeig euch jetzt mal, wie wir das früher gespielt haben, ihr fetten Uhrensöhne. Wisst ihr wie viele von eurem Müttern ich schon gefickt hab? 10.000 Stück. Challenger Opa Inc. Uh, let a Humbo out. Manchmal sag ich meiner Mama nicht, dass ich aus der Toilette trinke. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich steck meinen Mini-Hunde-Doge-Pipi-Matz in das Loch. Ja. Das gibt mir so nicht viel. Okay, war's extrem schlimm oder ging's klar? Lasst mich das mal wissen mit einem Daumen hoch oder einem Kommentar oder... Hast mich nicht. Schwier, kein Sound.